Beedr HaShem, Yerushalm, Kileim, Daphne und Dalet. Wir haben uns nicht in die Gemohre. Und sie mischen uns in die Pelle, die mich halt so gewöhnt, an Ores, das heißt, Kfane, was ist eingepflanzt, an der Oefen, was, wenn sie dann länger werden, die Kfane, auf der Strick, hat man das dann überlegen auf die Wand. Und die Wand bringt Schiebel zu der Keram. Es ist nicht gestanden, als bei Daz, bei dem Hillel, da war ein Gewalt, der Gekritz und der Chumre in Ores, als viele, die komisch gefahren sind, in einer einen Schuhe, hat das in den Keram, und man darf machen, die sagen, Dala Damus, und nicht Schiebel zu Wochen, aber für uns ist es so, wie in zwei Schuhe. Jetzt, uns haben doch gehört, in der Massechte, der Oferie, aber Beesam, alle haben alle, dass ein Schuhe ist genug, zu Lhessen in der Keram. Frag, die Gekonga, Bekasche, hat er da, Beesam, aber noch gar nicht einer, außer dem Keram. Wenn nicht, was er da, du erwähnt, wenn nicht, was er heisst, der Ores, hast du nicht in der Keram. Beesam, hat die Gekonga, alle haben alle, also, die fünf Gefahren, wo sie eine gewähne in einer Schuhe, sie nicht gewähne, Mamesch in einer Schuhe, das ist, sie gewähne, ein bisschen weiter von der Zweite, in den Bildern, da unten, kommen wir, das sehen, in der Masse Gimmel, sie gewähne, fünf Gefahren, aber zwei bisschen, nehmt, drei bisschen weiter. Jetzt, wenn nicht, was er wollte gewähne, im Bauch, es haben auch, es kam schon, ein Bein, hoi Geder, also, wird die Gemora, so weiter. Ob sie gewähne, also, nicht Mamesch, mich gewöhnen uns, im Kiddisch, also, vieles sind nicht, mich gewöhnen uns, weil es so hat die Wand, wird es so wie Bottle, zu dem Wand, der Wand, doch gleich, und so hat Hashem, kehram. Es ist so, dass sie schlokisch ist, gang, weil es ist ein anderer, der Gang, in der Afnundalit, das heißt, noch ein paar, ein Stück weiter, aber schlokisch, lehont, also, der Kiddisch ist, so, nicht, bei der Schamai, also, kann sein, einer, mich gewöhnen. Pfarrer, die Gemora, geht weiter, so, und ich will dort noch ein Pflanzen, inzwischen, die zwei mit die drei. Sagst du, dass sie da, also, dass sie nicht mehr gewöhnen ist, lass mich sagen, also, ich bin ganz weit, einer von der zweiten, ich mache, ich will dort noch einlegen, aha, das ist viel, das ist viel, das ist alles zusammen, zwei mit vier, aha, zwei mit vier, nee, es ist immerhin zu sagen, es sind dort drei, lass mal sagen, die drei sind ein Ende zu der Wand, zwei mit vier sind weiter, das heißt, eins ist bei der Wand, zwei ist weit, drei ist bei der Wand, vier ist weit, fünf ist bei der Wand, jetzt, er will da reinlegen, eine Schule von zwei, zwischen die zwei Schules, das ist die Scheide von der Beine, und, sein Scheide bei MSI ist, also, der eine Schule, ist der Chavad, der nicht kennt, nur der Geder, also, im Etz-Taref, das erste, wenn du wirst, einpflanzen, das ist ein Kinegat, der Allah, der Meshach, das ist ein Kinegat, und, hat das Hashem gehört, mit der Arbe Amas, und, lass mal sagen, es ist kein Zehnegehe, wenn du wirst, auf diese Seite, oder auf die andere Seite, aber inzwischen, die zwei Schules, haben wir das auch schon kennen, weil, guck auf die Schule, es sind zwei, guck auf die andere Schule, hast du da, ja, ja, der MSI ist, der, er kann mir nur, mit der Stein, kein Kinegat, Stein, kein Zehnegehe, weil es beide nicht nicht, da war's, der WAND, dass du gemacht hast, der Pesamehin, neue Arbeit, für den wir, inzwischen, die zwei, das ist eine Schule, wenn du in der Bibel, oder mit der LIVE, der Gehmer, wunderbar, also, wenn du in der Schule, also, parental, gesagt, also, die Gifflin, von Drage, die Gifflin, da sind Gehwinn, alle weiße, also, viele, die sind Kling, und nicht, zu sehen, hat das, den Zul in den Wand, also wie eine gleiche Schuhe, wisst ihr jetzt sagen, was ist Oma, wenn ihr gesagt habt, Mutter, als er außer. Das ist jetzt in Marapulde. Was ist Oma, Mutter, in Israel, mit der Zeit, aber was ist der Kemenisch? Weil, also, als du willst rechnen, der Oras am Rukum, wie immer es gleich, zu dem Schiebus in den Wand. Es ist so, wenn es so wohl gewin, gleich, wirst du gedacht, machig sein, vier Amas, von welcher Seite willst du, weil ich sehe, du akkerem. Es ist Oras am Rukum, du akkerem. Und bei Regen, was ich gucke an, wie es ist gleich, ich sehe, Atsir, auf den Kudus, hat er mir gesagt, Kwanen, mir Echidiem, ist nicht eins. Also, ist nicht eins Sache, das ist kein Kern. Normal, das, was es ihnen nicht knackt, macht das jeder eines allein. Der Wand, was das Leben sei, und der Wand dient sei, aber man redet wegen Ores. Kommt der Scheu, ist, was ist, was ist, wenn der Geffen, hat sich noch ein bisschen weiter, ein bisschen nente. Sie beide treffen sich bei der Wand. Und der Wand ist der, was stellt er weg, ist der ganze Weise, das ist der Keram da. Die Gemur, so kann man sich in Schaile, und er hat die Torme nicht. So kann die Gemur, so kann man sich in Schaile, als wenn es so gleich ist, sicherlich, wenn man das macht, in den 4 Ames, aber viele, wenn es nicht knackt, oder 5, es ist akkwane, maul, lizra, bein akkwane. Das heißt, also die Gemur will wissen, alle Molkämme d'Ordan sein, wenn du bist, ein Pflanzen, bechlein nicht knackt, viele, wenn es da, da, gleiche Schure. Vamos sagen, ein Mensch hat auch, fenef gefahren, in der gleiche Schure. Und du willst gehen, und einpflanzen, kegern über die, Melchakim. Was? In der Bibel von Chaim Koniefsky, die passieren seine Zwoche. Du willst, ja, nein, das ist nicht so ein gutes Bild. Weil, ich suche ein Bild, wo sie da, fenef, in der Eingeschule, bedarf. Du hast alle, in der Eingeschule, und er will einpflanzen, kegern über die, Melchakim zwischen dir, kegern das. Sie gewinnen, Kiel, um Aschma, in der Friedrichscheide, als dort, ist ich aus, fach was. Aber dort hat man gerettet, und das Neues, was wir reden, ist, was sind zwei, drei. Und er will einpflanzen, dort, in der Mitte. Und du sagst, also in der Mitte ist ein Problem, wie bald das Kiel aus, sie gewinnen, in der Eingeschule. Ja, aber, in der Minute, sie hat doch dort noch ein Pratt, und sie hat nicht genug, in der Kälte. Für das ist ja das Ganze, wenn er in der Schuhe, öffsche, mag man einpflanzen, beinah, kifanen. Sog, die gemore. Nein, mit dem, es gemäude, teme gabi, muksche. Oh, wer geht dennk muksche. Muksche gewinnen, die soot jorokkes, was so mit breitere Blette, deluim, kishuim, amesspokho, von haparaz, eich a soot jorokkes. Was man gelernt hat, na so, bis es in der Eingeschule, osselis, rebeinah, gumeis, gumeis, ist de gumeo, wo jadet laas, lik. Berege, wo jadet laas, geflanzte richtig, kukkich, nshton, dererwochem, via, andere, platz. Ze, alle, den, zech, mitzterhe, vez, wocha, osselis, rebeinah, kwarno, mito, awad, anisht, es, lsikum, advorum, kumtois, in ein, schuh, et, eich aum, anisht, bei dem, eich aum, anisht, eich aum, eich aum, eich aum, aum, eich aum, eich aum, eich aum, Jetzt sagt die Gemüse weiter. Lass uns auf unsere Menschen. Unsere Menschen hat gesagt, dass Ores eine neue Kümmer hat. Also viele Leute wissen, dass man normal zwei Schuhe soll heißen erklären. Da ist eine Schuhe mit der Wand, das ist eine Kümmer. Hat die Gemüse gefragt, ob sie sich nicht Ores wollen, dass sie eine neue Kümmer haben wollen. Also die Schlaggisch gesagt, das ist eine neue Kümmer. Also viele Ores haben einen Muckern, weil sie nicht auf den Mardin sind. Also wir haben die Kümmer. Das ist alles schließlich Schlaggisch. Sie sagt, ob du die Gemüse, Rebbe euch in der Norma. Nein. Und sie mich rettet, dass Ores haben auch. Ores haben auch schon. Man sagt, dass alle Fünfzehn gewinnen eine gleiche Schuhe. Aber du fragst, ob Ores haben auch schon in der Gede ein Osser von Schumkelem? Wenn nicht der Gede, was das ist gewonnen, die Gede, du sagst es, nein, nicht gehen, wir beginnen bei Silatern. Rebbe euch in der Zaggisch gesagt, ob du nicht schnau, die Riesig in der Gedeutschung, in der Gede Kaseh. Sog, dass du die Gede schon noch und du sagst, wenn du da bist, dann sagst du es aus dem Gedeooked. Noch mal, der Gedeutsch ist es. Der Gede climbingulus auf der Gedeutschung, der Gedeutschung. Der Gede Das heißt, euch bei Ores HaMuchoven, und der Kiddische Zeit bei Silen. Er hat nur gewollt sagen, ein anderer, was wird sein, mit Bishamai, der Kiddische Zeit, legt er zu, also mit Bishamai, wird man sagen, etwas anderes. Aber wenn man lernt, unsere Mischne, erst mal, dass unsere Mischne, lebt bei Daz, bei Silen, weil unsere Mischne, sagt nicht Ores HaMuchoven, das ist eine andere Schirm, das ist eine andere Schirm, dass unsere Mischne, das Wort Schonu, davon ist der Tag, unsere Mischne, lebt sich bei Ores HaMuchoven, und unsere Mischne, das ist eine andere Schirm, er hat nur gewollt sagen, wo es wohl gewonnen, Leute Bishamai. Jetzt, und das selber Sache, moitere Mischne, dass ihr Pshim Malokisch, wo es am Aukam schon, oder das ist, sag mal, es haben die Mischne, dass unsere Mischne, rebt sich bei Ores HaMuchoven, aber es moitere, und dort liegt es bei Ores HaMuchoven, anders, aber die Gero, sagt, bei Feres HaZoi, als, irres Mastke, als bei Ores HaMuchoven, wo es euch gewonnen, da Alokha, also wird es Lokisch halt. Und nicht nur dem, als unsere Mischne, das Mastke, zu dem. Als bei Ores HaMuchoven, sein da Alokha, also alles ist der gleiche Schur. Er hat gewollt, bei Ike, sagen, als unsere Mischne, will sagen, euch bei Ores HaMuchoven, also lauchhidisch reich, bei Ores HaMuchoven, weil euch bei Ores HaMuchoven, und du chidisch, das ist ein Schur. Aber, euch, der Ores HaMuchoven, mit dem, der Medina, so wie erkehren. Ja. wenn ihr really nicht mates duekten Weg sind, wir sagen. Quindi geht's gerade bei Ores HaMuchoven, wenn ihr the first everyoneค fasst, dass man natürlich in Ores HaMuchoven bei Ores HaMuchoven lives before heut Fleisch. Auf dem Meschne, Ich hatte es Aber das, was die Bücher an Bermas haltet euch von den chidischen Schlag ist, also alles haben wir auch gemacht, um dich selber zu lachen. Das ist chidisch. Was passt das den ganzen Jusot in den Büchern? Die wollen eropnen mich an einem chidisch. Die wollen sagen, für was darfst du sagen, als Leute bist du da, als ein riesiger chidisch, in den Mischten kommt noch ein bisschen, als bist du schon ein chidisch. Das sagt die Gimorachel der Masber sein. Ich beginne auch nicht so. Du weißt, was hat der Hecht recht zu sagen, Also das ist ein bisschen, wenn ich lerne eigentlich schon einen schlag. Wenn ich die Gimorchen ausmachen kann, in dem Mnur vorher war es krise. Mischten hat er euch ein bisschen, ich lebe ich einen Mnur, weil man so eine Krike was. Das heißt, da haben wir einen Daumen. ... und so zu sagen, aber das ist ein Geschenk. Also es ist kein Daumen. Das sagt, dass wir mal eine Sache sind. Es ist ein Problem, aber ich glaube, dass ich die Gimorchen nicht mehr berrikt, was das passiert? Was Puhren? Dann haben wir einen Daumen. Das heißt, Wenn eines in den Vorstellung ist, was man bei der Maske bezüglich Hübschü wohst? Nur in der Zeit, die wir uns nicht unter什么 Morgen haben, sogar bei der Maske, wo wir noch etwas und auch bei der Maske sind wir auch homogen. Das ist seit dem Behen. Ich habe mich schon geblieben, weil ich es jederzeit nicht mehrВОG ist. Ich habe mich schon über die Maske gezogen. Ich habe hier also keine Behalte, am Montaginen. Aber wenn wir es mal schauen, Ich sehe, dass alle Dinge wissen. Wenn man sich kuckt, dann sagt man, dass alle Dinge wissen, dass alle Dinge wissen, dass alle Dinge wissen, dass alle Dinge wissen. Es muss sein, aber gut. Es ist nicht so, sondern auch, dass alle Dinge wissen, dass alle Dinge wissen. Eine Frage, woher sie nicht, Und hier sind zwei Schauspieler, die wir hier wieder anziehen. Ja, dann noch hier gehen wir an den Lepchanan. Ja. Sog die Heilige Gimora weiter. Die Gimora ist da dann, und sie müssen uns gesagt, dass sie mich lohnt, dass sie ein Bessiller zu melachen, dass sie vier Ames von der Icke von den Kwanen, oder die Bessiller sagt, dass sie den Kwanen von dem Geder. Die Gimora hat auch immer noch eine Dikashe, also die Kwanen sind ein Mann, was sie möglich. Ihr könntest die Gimora, dass sie hier über die Kwanen befinden, wenn man das Krepen kann, und es gibt nichts mehr, also wie es hier ist. Hier können Sie keine Ahnung, dass sie keine Ahnung, dass sie das zu sehen sein. Hier können Sie sagen, dass sie unsere E-Bessarten haben, aber das ist, die es でした. Die Bibel-Gimora hat einen Fisch woodkopf, dass sie ihr das mit dem AbSM oder der Kâgen, die andere Sonnein verbreitellte, eine Beferde, die andere Beflüge halten, die auch die Schauspieler, die Verbremung gehören. Das ist aber so, dass die Kirche идete, die Erbäume, und skalke Vistur getroffen, die Erbäume, bis zu dieший Zeit, bis zu der Erbäume. dass man bei der Mann in der Ika gefahren hat, die Leute von Schamai, ist nicht, aber wir haben das von euch gefahren, was ist weiter. Der Mann in der Ika geht an den Mäuschen, macht ihm eine gute Kohle, was er auch muss. Das heißt, man schaut von, man macht eine gute von der Wand und der Wand stellt ihn weg. Und ich gucke nicht, der andere, der weitere, was er atmet. Sof gut sof, ist der Wand der RKW. Oder kannst du sagen, Das heißt, der erste Gang ist gewendet. Das ist eine Gehe zu wissen, aber bei den anderen sind sie nicht zufrieden, weil sie gewendet haben. Oder sie gewendet die gleiche Schuhe. Die ganze Schuhe gewendet. Das ist eine in der Abkamin, von wo man rechnet. Untertitelung des ZDF, 2020